Falls Sie zufällig vorhaben, in den nächsten Tagen über eine rote Ampel zu gehen, lassen Sie es. Heimlich, still und leise haben Bundestag und Bundesrat verabschiedet, dass der Staat schon bei einer Ordnungswidrigkeit Ihre Bestandsdaten von Handy und Computer abfragen darf. Meistens sogar ohne richterlichen Beschluss. Das heißt, Sie gehen über die rote Ampel und die Polizei darf dann gucken, auf welchen Internetseiten Sie so gesurft haben. Zum Beispiel auf, was weiß ich, Mainzelschlampen.com zum Beispiel. Ja, alles im Namen der Sicherheit. Und in dieser Woche haben die deutschen Innenminister über mehr Videoüberwachung diskutiert. Dabei kann, das ist Fakt, jetzt schon keine mehr die Massen an Filmmaterial sichten, die da anfallen. Trotzdem will Innenminister Friedrich noch mehr Kameras im öffentlichen Raum.